Der Gegner, oh, spiel dich den Erdbeben raus, bist du denn dödlich angehaucht oder was? Es gibt direkt den X-Bogen aufs Feld und jetzt ist die Frage, was macht Magier? Nen Magier, Junge, Magic Day, du kannst gleich bei der Burg aufs Feld zaubern und die X-Bogen blockt oder so. Aber das ist nix. Und jetzt hast du ein Problem. Jetzt ist der pissige Pissbogen, nämlich am Turm dran. Siehst du die Pfeile? In 60 FPS über den Bildschirm fliegen, siehst du sie? Und dann, dann, scherz schon gerade.